Lassen Sie uns nun über Ihre Zulassungsvoraussetzungen sprechen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um den Industriemeister Metalljahrkabel uns absolvieren zu können. Wenn Sie eine fachspezifische Ausbildung und ein Jahr Berufserfahrung aus einem industriellen Metallberuf mitbringen, so sind die Voraussetzungen erfüllt und Sie können an den Prüfungen teilnehmen. Falls Sie eine fachfremde Ausbildung haben, Sie jedoch mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem industriellen Metallberuf gesammelt haben, so sind die Voraussetzungen ebenfalls erfüllt. Das Ganze ist jedoch auch ohne eine Ausbildung möglich. Hierfür benötigen Sie mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einem industriellen Metallberuf. Falls Sie heute schon eine von diesen Voraussetzungen erfüllen, steht Ihnen nichts mehr im Wege und Sie können sofort mit uns durchstarten. Bereit für noch mehr Einblicke? Klicken Sie hier und entdecken Sie unsere vollständige Infoveranstaltung. Wir bilden Sie in Rekordzeit weiter für neue berufliche Perspektiven.